Ganz andere Gegend. Jetzt sind wir ganz überrascht, weil jetzt haben wir da wahrscheinlich Sommersteinpitz gefunden, eine matten Hut. Mit der matten, schlockigen Hut kann man sagen. Oder wie Juhuhut. Rausdrehen und immer schön zumachen. Ja, da ist ja gleich ein Moos gehängt. Ja, schauen wir mal, wie der da ist. Das ist ziemlich zerfressen, aber... Wir schauen nochmal. Aber das ist Sommersteinpitz. Es ist schon mal wieder voll, das ist schon Sommersteinpitz, gell? Ja, das könnte ich auch sagen. Oder was sagen dir? Anna-Maria gibt es dafür. Ja, die gibt uns jetzt Bescheid. Aber schon, es ist wie bei der flockigen, äh, flockenstiligen Hexes und samtiger Hut und Matta. Und das ist ja auch so ein bräunlicher Stil. Also dann dürfte ich jetzt ein Sommersteinpitz. Und das ist ja auch so. Von der Euphorie haben wir natürlich unsere Stöcke vergessen. Wir sind jetzt heute mit dem Fahrrad von der Hummus gefahren. Ja. Ja. Ja, typisch. Ich wieder. Im Gelände. Jetzt muss auch die gehen, die besser zu Fuß ist. Danke. Das ist wieder gut gewesen. Mei, schon. Emi, nein. Was sucht ihr? Ich habe es geschafft. Darum habe ich immer so hohe Bananen, weil ich überall kürz und quer bin. Mei, schon mal, wie der süß ist. Ich komme her, das haben wir nicht. Ja, so schnell bin ich nicht. Warte mal. Sagen wir mal. Hoppala. Oh, Sommersteinpitz, gell? Das ist jetzt ganz seltsam. Ich probiere es ein bisschen schärfen. Ja. Cool. Ich bin jetzt gerade überrascht mit dem Sommersteinpitz. Ich denke, das ist vorbei irgendwie, aber vielleicht kommt so eine Wile parallel. Ja. Jetzt warte ich gerade die Scheißerle da hinten am Fotografieren und mache einen Blick da runter. Und was ist da? Ein großer, alter Sommersteinpitz. Schick ihn auf die Wut. Ach so. Ups. Tja, ich weiß, dass wir da die Gegend noch klar absuchen. So, Schatz. Täubling. Rauentäubling. 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 Lamellen. Ja. Schau mal, das ist schon steinig. Boah, jetzt haben wir den alten Irnterwillen. Rauentäubling. Und jetzt da. Rauentäubling. 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 Ja. Ja, ich muss ja so. Und jetzt aber vorher gerade auch wieder und jetzt haben wir aber andere Abzweigung und Glück. Aber seltsam, dass die Fichten kommen und jetzt da die Sommersteine. Es ist ordentlich, egal, seltsam. Ja, wir kommen nicht weiter, wir sind immer noch im Silberhang. Und da ist irgendwas, aber da hat sich der Stengel schon Zähn gefressen. Ah, das kommt von da. Sommersteinpilz, da ist vielleicht der Hut noch gut. Und da ist schon der Nächste. Also, die sind mega. Aber sie sind, also uns freut es, was wir finden. Aber sie sind brutal für den Schnellkazent. Da fällt mir auch schon fast in die Hände. Ja, ihr seht, nur meine erste Wahl, also der liegt da. Aber wir werden so platzieren, dass er ausbohren kann. Superschöne Dinge. Und das Hütchen schneide ihn auf. Und dann kommt er mit. Ich kann Ihnen was zu sagen, das ist kein Perlpilz. Und das ist auch nicht ein verfärbter Fliegenpilz. Emi! Das ist jetzt ein Pantherpilz. Und der hat da die Knolle. Und wenn man sieht, ich probiere es. Ich will ihn jetzt nicht rausnehmen. Die Manschette, die man da sieht, hat keine Rillen platt. Und dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr den Stahl an könnt. Also, das ist ein Pantherpilz. Jetzt habe ich jetzt auch noch etwas gefunden, nur eine allerbeste Qualität. Aber zum Zorgen reicht es. Das ist ein Erdstern. Das ist auch ein Pilz. Ich bin total außer Atem. Die hängt da am Steilhang hin. Da geht es auch ein bisschen am Wildbach. Und der Schatz läuft da oben oben auf der Kuppe. Und ich da, ah, da kann ich sehen. Und ich da im Steil. Jetzt ist da ein Urnpfeferling. Aber der war die Mühe nicht der wert. Ja, da sind Mehlreisling mit auf dem Werk. Da hinten. Der ist schön. Aber der Urnlaum ist da. Das bringt es nicht. Aber toll ist, jetzt eine Woche später ist da eine Vielfalt. Das ist super. Das ist super. Das tut wieder blöd. Gehen Sie holen. Das tut jemand aus, der Lust ist. Ja. Sie will Eierschwemmle. Nein. Ich habe jetzt... Nein, Frauenträublinge. Ja, wir haben uns jetzt droht Frauenträublinge mitnehmen. Aber die filmen wir nicht, weil wir die auch nicht zu sagen wollen. Weil wir nicht garantieren, dass die essbar sind. Das tun wir auch bloß bei Sachen. Ja, genau. Das machen andere besser. Oder da gibt es Kanäle, wo das genau sägen hat. Da gibt es tolle Kanäle, wo das genau erklären. Und da haben wir schon wieder unten. Aber was wir jetzt checken oder gerade jetzt sind auf der Runde, es sind viele, für die Schnäle zerfressen, fast schon ausgehöhlt, viele madig, vier Sommersteine halt typisch. Aber ganz... Und das ist ein typisches Bild, das war mal einer. Ja, das ist so richtig weich, schwammig, hohlgefressen. Wenn wir Glück haben, können wir bei der Dänawoma finden, den Hut mit mir, das weiß man aber schon. Ja, wir probieren das, da schnäle ich mir ein bisschen weg, das war ein kurzer Absteuer im Wald. Ja. Und jetzt kommen wir nach Hause, köcheln und essen. Wir haben mega Hunger nach dem Schachfischen Salz, aber wir haben gedacht, wir gehen noch kurz. Genau. Ja, genau. Jetzt holen wir es aber auf... Jetzt haben wir eh fein Parasol. Auf die Couch. Ja. Wir unterbrechen immer, das nervt noch. Egal. Parasol, was haben wir jetzt gehört? Sommerstein ist, mit dem haben wir gar nicht gesprochen. Reiz, wir kommen da an. Aber ich weiß nicht, was... Da sind wir zu wenig... Wir sind jetzt ein bisschen verwirrt, weil aber mit Sommersteinpilz haben wir gar nicht gerechnet. Wir haben gedacht, die kommen, Gond, und dann kommen Fichten. Ja. Aber da sind jetzt, wenn nur Sommersteinpilz, da sind ja andere Gebiete nur Fichten. Darum sind wir jetzt ein bisschen verwirrt, aber... Egal. Steinpilz ist Steinpilz. Ciao. Wir haben uns zwar schon verabschiedet, und wir sind auch wirklich schön am Auto fahren. Da habe ich ja da runter müssen, weil... Da kannst du einfach nicht vorbeifahren. Die sind so wunderschön. Und drei Stück knöpseln. Und echt super frisch. Die müssen einfach mit, und die habe ich ja immer schnell gezogen müssen. Also jetzt wirklich ein wunderschöner Abend, oder Tag, oder machen Sie gut. Wir hören uns, hören wir uns wieder. Und wiedersehen. Vielen Dank.